ja guten morgen neuer tag neuer bau und ja da ist jetzt einiges dazu gekommen ihr seht schon hier die ganze front die motorhaube die schnauze das habe ich jetzt alles hier dran gebaut und es sieht auch ziemlich cool aus aber vom bauen her ich habe ja schon gesagt man merkt dass das hier kein original lego design ist denn wir haben hier echt tricky baulösungen und manchmal wird hier auch mit siemens lufthaken gebaut also da wird luft überbaut und ich merke hat der erstmal richtig tiefer gelegt aber egal wie es übrigens hier hinten ja das teil beim bauen hier gerade noch mal abgefallen also ne so rum kommt ja dran ich sag mal die befestigung ja man muss ein bisschen aufpassen wie ich herum gedrückt habe dann ist es eben abgegangen aber kann man leicht wieder draufstecken ich lasse es aber jetzt immer liegen und wir schauen uns hier die schnauze an ihr seht hier haben wir eine flut von slopes insgesamt 24 stück die wir darüber gebaut haben also hier 24 slopes die hier diese rundung wunderbar darstellen die uns dann hier zum vorderen turbin einlass führt das hier ist eine große felge und schaut euch mal an die ist richtig toll richtig toll golden und keine kratzer dran gar nichts die sieht super aus dann hier noch eine spitze vorgesetzt und ja von der seite haben wir dann hier auch noch mal die schrägen mit dabei alles schön wobei ich zeige euch gleich ein zwei sachen wo das bauen ein bisschen merkwürdig ist also hier auch noch mal die schrägen was jetzt hier ein bisschen komisch ist ja mit glänzend hier haben wir matt und man muss auch erwähnen ich hoffe man kann es erkennen dass wir hier unterschiedliche schwarztöne haben also hier ist er ein helleres da ein dunkleres wieder ein dunkleres dann helleres und ja also das sind verschiedene produktions tranchen scheinbar wo die der farbton schwarz nicht immer gleich getroffen ist richtig tricky wird es aber dann hier bei dem teil hier bei der spitze die ist ja wahnsinnig gebaut schaut euch mal die unterseite an ich zeige euch gleich in der anleitung denn man kann es nicht mehr richtig erkennen aber das ganze hier das ist wahnsinnig gebaut richtig richtig wahnsinnig muss ich echt sagen aber dafür ist die form nachher cool sieht gut aus und respekt für den der sich sowas ausdenken kann schon tricky geschichte das ganze ich bin übrigens jetzt hier auf bau seite oder auf seite 48 der hier im bau abschnitt 3 beginnt und dann wird dann hier die erste seite gleich angebaut aber wir gehen noch mal kurz zurück und ich zeige es euch einfach mal hier in der anleitung also wir waren hier bei der schnauze und bauen jetzt hier vorne diesen bereich und schaut euch mal an da wird erst so ein bisschen übergebaut da ist noch alles okay da denkt man ja auch alles okay dann kommt noch hier ein bisschen gelenke dazu auch alles paletti soweit dann wird da noch ein bisschen übergebaut und dann denkt man was geht denn jetzt hier ab dann wird hier so ein so ein winkel so eine winkel fliese auf so ein dreimal dreier plättchen drauf gesetzt das wird hier irgendwie dran gehalten man weiß auch gar nicht wie es befestigt werden soll guck mal weiter das hat ja man sieht immer noch nicht wie es richtig befestigt werden soll dann kommt hier noch mal so ein torbogen dran und jetzt damit wird das ganze dann verbunden im entsprechenden winkel und dann kommen hier noch ein paar teile an der seite dran und plötzlich hat man ja so ein ding hier gebaut also da muss man echt erst mal drauf kommen und was ich hier mit siemens lufthaken gemeint habe kann man hier sehr schön erkennen also hier ja habe ich die teile in dem bau abschnitt also ein zweimal dreier zweimal zwei jahren einmal zwei einmal einser und die werden dann hier drauf gebaut aber ja der zweimal zweier also der hier der hinkt in der luft denn nur hier haben wir die noppen die hier auf die auf die lange dünne platte drauf gehen und das hier hängt erst mal in der luft und klärt sich dann erst hier auf der nächsten seite auf wo man dann sieht da kommt noch hier so ein einmal dreier unten zweimal dreier dann drüber und plötzlich hält das ganze dann auch also da muss man schon mal umblättern um zu sehen wie geht das direkt also ich muss ja manchmal schon sehr sehr genau hinschauen um zu erkennen was jetzt hier wie gebaut wird und klar und so viel schwarzen 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 teilen bin ich echt manchmal auch teile blind aber geht alles es geht alles und das ding sieht echt cool aus so ich mache das hier noch mal provisorisch drauf ja das hier ist auch so ein teil dass das gibt mir jetzt schon auf den nerv das ist so ein typischer kollege der sagt ich fall dann gleich mal ab vielleicht baue ich hier noch mal später so eine fliese drüber das wäre doch noch eine idee wenn ich da was mich mal kurz schauen so eine einmal zweier fliese da ist zwar keine vorgesehen aber ich habe ja hier noch teile übrig nämlich die hier also das hier nicht da das muss ich später noch anbauen aber das und das sind die teile die jetzt hier aus den ersten beiden bauabschnitten übrig sind da könnte man doch hier so eine einmal zweier nehmen und die einfach mal so hier drüber machen ja naja also vielleicht wenn man noch so so eine winkel fliese hätte jetzt aber also eine winkel fliese wie wo habe ich dir denn verbaut ich finde sie jetzt nicht mehr auf jeden fall da könnte man auch schön das ganze hier drüber setzen es wird natürlich dann ein hauch dicker ich lasse das jetzt einfach mal auf der einen seite und er ist gar nicht drin der ist da unten nicht drin und so und jetzt ist er drüber und jetzt ist er drin das stabilisiert vielleicht das ganze hier ein kleines bisschen also man kann ja auch bei so einem mock durchaus mal wer selbst ein bisschen kreativ werden und denken auch hier baue ich da noch was an ich meine es ist ja ich wollte fast sagen lego aber es sind ja klemm bausteine freunde da darf man auch mal gern was umbauen so also der mittelteil ist jetzt hier fertig vom bett mobil und ich sag mal er sieht schon richtig sleek aus also ein ziemlich schmaler kleiner panzer hier vorne schleift erhalten ein bisschen auf dem boden da ist er leicht zu tief gelegt aber er sieht schon cool aus also man sieht schon in welche richtung das ganze hier gehen soll so sieht er von hinten aus reisen ist ein sehr schönes set und genau bevor ich es hier vergesse ich habe hier noch das alte ultimative bett mobil aus dem jahr ich weiß gar nicht mehr 2006 oder so das hier ist aber auch die kopie von die cool die ich hier bereits im kanal gebaut habe könnt ihr euch gerne mal anschauen das video ist auch ein richtig cooles teil und ich habe mal ausgemessen von der länge her von der größe her ja wird das neue bett mobil genauso groß wie das ding deswegen kann man das hier mal schön vergleichen und das ist ein schöner brocken auch hier hinten mit den coolen flammen die sich beim fahren drehen und wir sehen auch hier hinten diese riffel struktur die wir auch hier dann gebaut haben also da gibt es durchaus ähnlichkeiten und ich will jetzt mal nebeneinander stellen beide werden 45 cm lang und jawohl so sieht das aus aber man sieht schon naja beide 45 cm also da kommen wahrscheinlich noch hinten diese die finnen und so dran dann wird es noch nach hinten ein klein bisschen länger werden weil so sieht es doch ein stückelchen kleiner und kürzer aus als das ultimative alte bett mobil aber coole dinge ich freue mich schon wenn die nebeneinander im regal stehen ich wollte euch nur mal kurz den vergleich geben den machen wir dann noch mal öfters hier beim alten waren die radkappen auch richtig geil die hat der hier nicht aber vielleicht kommt da ja noch was an der außenseite so genug gelabert freunde ich baue weiter mit bauabschnitt 3 jawohl 3 geht es weiter ihr seht da wird hier die eine seite gebaut dann wird noch die andere seite gebaut und dann sind wir auch schon durch hier ist alles was wir für den dritten bauabschnitt brauchen und dann müsste ja eigentlich so ziemlich das gleiche sein 4 und 3 halt nur einmal umgedreht auf geht's bevor ich jetzt hier vorne alles zu baue schauen wir nochmal drüber wie weit sind wir denn gekommen mit der einen seite ja so sieht sie aus da kommt eine achse raus da ist ein aufnahmepunkt für so ein kugelgelenk da haben wir eine kleine verzierung dran ist die eigentlich richtig rum ja ist richtig rum ein paar noppen und ja das interessante ist wieder hier vorne der bereich also der vorderen abschluss der dann dorthin kommt und da wird wie ich euch eben schon gezeigt habe echt sagen wir mal sehr sehr kreativ gebaut um hier diese ganzen formen und schrägen und rundungen hinzukriegen also ja da ist so kreativität angesagt zumindest hier bei den entwicklern und wenn man es baut ist da ein bisschen konzentration gefordert was wir hier noch drin haben ist da unten seht ihr ihn das transparente das ist ein light brick das heißt er leuchtet und er wird aktiviert kann man es hier noch erkennen auch ganz ganz schwierig im licht da ist ein schraubenschlüssel eingebaut und der schraubenschlüssel der schaut hier noch mal raus und wenn man den jetzt hier dreht dann drückt er bei dem light brick vorne aufs lichtchen drauf also hinten aufs lichtchen und vorne sollte der dann mal leuchten mal schauen ob ich das so hin bekomme jawohl da da habt ihr es also da drückt er auf den light brick und vorne geht das orangene lichtchen an ich bin mal gespannt wie das ganze hier noch umgesetzt wird und wie man das dann im endeffekt aktiviert weil so kann es ja nicht bleiben das ist ja fummelkram aber da wird schon noch irgendwas dran gebaut werden und ja interessant interessant sage ich mal wir nehmen einfach mal hier das wettmobil so noch mal nebendran um mal zu schauen ja irgendwie so oder so oder ich weiß gar nicht nicht so ich denke hier genau hier wird die aufnahme sein wahrscheinlich wo es dann befestigt wird hier mit der noppe mit dem pin und dann wird das dann hier unsere seite also sieht noch ziemlich unfertig aus aber ich dachte wir werfen mal einen blick drauf wie jetzt hier der aktuelle baufortschritt ist sehr sehr interessant und auch mitunter anstrengend ich habe es ja schon gesagt schwarze teile schwarze teile viel spaß beim suchen jetzt habe ich hier ja ein teil zusammen gefrickelt das richtig cool aussieht und das ist ja der vordere bereich hier der vordere kotflügel mit dem licht vom batch mobil das sieht im endeffekt wenn es fertig ist richtig richtig toll aus aber meine güte ist das eine kleinteile frickelei wahnsinn freunde also ich brauche gar nicht viel zu sagen schaut euch mal an was da alles verbaut ist und da wird wirklich in alle richtungen gebaut oben unten nach rechts und links und hier was dran gemacht und alles ist irgendwie wackelig am anfang und dann bin ich am ende mal ganz froh wenn dann hier zum beispiel so ein so ein slope dann drüber kommt er hier die ganzen kleinen frickel teile mal zusammen stabilisiert genauso wie hier unten und wahnsinn also wirklich so eine kleinteile meisterei hier habe ich ja selten erlebt aber das ergebnis sieht echt cool aus also wir haben wir vorne jetzt die schräge drin hier diese diese jahren nuppen quatsch diese riffel an der seite sieht echt toll aus wollte ich nur mal so sagen und dann habt ihr noch mal einen kurzen überblick wie unser seitenteil hier aussieht also hier vorne sind wir jetzt wohl schon fertig und jetzt wird hier hinten dran noch ein bisschen was angebaut denn da ist noch schmalhands küchenchef im moment jetzt habe ich hier den punkt wo ich zum ersten mal sage das passt irgendwie nicht so ganz und zwar bei dem teil hier wir sehen es hier in der anleitung wie das ganze gebaut werden soll also ich habe hier diesen mit zwei noppen und eine noppe oben das ist hier der und dann hier den doppel nopper also der hat vorne und hinten der noppe hat er das überhaupt ja hat er den habe ich hier eingesteckt und ja dann soll das so hier auf dieses teilchen drauf gesteckt werden dass das schön bündig abschließt und ich weiß nicht wie ihr das seht aber ja bündig würde ich mal sagen ist hier anders und das sieht auch hier ganz anders in der anleitung aus da ist alles schön bündig gehalten und das bringt uns dann nämlich zu einem deutlichen problem das ganze muss hier aufgesteckt werden und dann sieht das so aus mit einer deutlichen lücke die noppen sind kaum drin und das ganze problemchen geht dann auch gleich noch weiter da dann hier noch was aufgesteckt werden soll und ja das hält ja nur homöopathisch also ich weiß nicht gefällt mir gar nicht und das teil soll dann nachher hier dran gebaut werden sieht hier ganz ganz anders aus aber ich habe hier keine anderen teile mehr die passen ich bin mir da sehr sehr sicher dass es die richtigen teile sind und dass da einfach die abstände die hauen nicht hin weil ich kann es auch hier nicht anders dran bauen ich muss mal schauen ob ich sie noch mal abbekomme da kann man sehen wie soll ich das sonst dran bauen es ist es funktioniert einfach nicht ich habe hier zwar schon diese noppe mit loch das dann hier auch in den in den steg da rein greift aber das passt einfach nicht also sehr unschön ich muss mal schauen wie ich das hier gelöst bekommen ohne dass das ganze ständig abfällt also das ist ein erster kleiner frustfaktor ja naja wir schauen mal wie es jetzt hier weiterläuft okay lösung ich habe jetzt einfach das teil umgedreht also hier oben das habe ich rotiert und dann haben wir hier zumindest drei bündigen noppen und dann kann ich auch hier die teile noch drauf bauen aber was da natürlich nicht mehr geht ist hier dieses zierteil also dieses gelenk das sollte eigentlich noch hier mit drauf das passt da nicht mehr drauf ist mir jetzt aber gerade egal weil das ist eigentlich nur eine verzierung die man dann später moment moment da kann man sehen die man später dann hier sieht und ich verzichte einfach drauf denn mir ist viel wichtiger dass das ding hier nachher stabil ist und ich habe keinen bock dass hier immer alles abfällt von daher weg damit passt nicht und wir nehmen dann diese lösung hier sieht das jetzt ernsthaft nach bettmobil aus oder sieht das nach bettmobil aus schaut mal her also die form ist jetzt richtig toll schon zu erkennen ich habe jetzt hier natürlich mein teilchen was jetzt hier nicht angebaut wurde hier ist der der problem punkt von vorhin naja ich gucke mal ob ich dann noch irgendwie später eine verzierung irgendwas hin mache erst mal abwarten hier kommt ja auch noch irgendwas hin wir schauen erst mal wie sich das ganze entwickelt hier haben wir coole solche lufteinlässe sollen das wohl darstellen sieht ganz cool aus und dann natürlich hier ja die große wie heißt das beim bettmobil heckflosse kommen ja zwei stück dran und die sind schon ja ziemlich groß und massiv und mächtig gebaut also gefällt mir ausgesprochen gut man bekommt jetzt einen richtigen eindruck davon als hätte man hier so ein drittel bettmobil schon fast fertig stehen so sieht es noch mal von der innenseite dann aus das ganze teilchen ja also wird doch es wird doch es wird doch aber hier die spaltmaße meine güte also bei einem deutschen hersteller dürfte was nicht passieren ich rede von richtigen autos aber naja fürs bettmobil wird schon passen also ich bin gespannt freunde so ganz fertig sind wir mit diesem teil hier nicht denn schaut mal her das hier sind noch die ganzen teilchen die hier noch bereit liegen und als nächstes kommt dann ja das heck dran mit den rücklichtern hier kann man das teilchen sehen das fehlt noch das muss noch dahin und dann geht es noch ein klein bisschen weiter dann wird er noch schick gemacht und rund gemacht und er bekommt noch seine seitlichen lufteinlässe oder irgendwas hier diesen naja diesen großen pott hier den kriegt er noch hingebaut da fliegt er mir schon runter also den großen bottig der kommt auch noch hier irgendwo so ja da so an die seite glaube ich wir schauen mal auf jeden fall das bettmobil wächst und gedeiht und wird glaube ich eine richtig coole geschichte wenn es mal fertig ist seite 100 ja ich bin fertig mit der einen seite und sieht schon ganz cool aus aber ich hatte hier gerade eben den moment wo ich dachte scheiße denn ihr erinnert euch noch dass einen teil das hier nicht dran gepasst hat weil ich hier diese ganzen passprobleme hatte und ich dachte ich lasse es einfach mal weg ja das war ja hier so ein gelenkteil und da kam tatsächlich also das waren befestigungspunkt für hier dieses ganze panel und da dachte ich schon aber das panel wurde auch hier noch befestigt wurde dann im winkel hier rüber geklappt und ich habe es hier rein geklemmt und dadurch dass es nochmal hier überbaut wurde hält es auch so also ich habe jetzt keine noppen verbindung das einfach nur glatte fläche auf glatte fläche aber ist egal verratet es keinem es hält und das ist das wichtigste ja und was auch tut es rollt schaut euch an sieht cool aus hier unten auch noch diese kleinen details hier der enter haken der zur seite rausgeschossen werden kann der ja auch im ersten teil benutzt wird und dann hier unten irgendwie diese rohre diese goldenen und da ist noch ein kleiner schraubenschlüssel als detail verbaut ja hier die tonne sieht ein bisschen merkwürdig aus muss ich ganz ehrlich zugeben aber mein gott ist nun mal da und er wird schon seinen zweck erfüllen wir haben auch ein ganz cooles play feature dafür stelle ich die kamera mal eben kurz hin und ich hoffe man kann es sehen wenn ich hier an dem teil drehe also dafür muss ich erstmal ja hier diese klappe oder dieses teilchen da ein bisschen zur seite biegen damit ich platz habe aber dann kann ich hier ja das maschinengewehr rausfahren also da haben wir das maschinengewehr es kann versenkt und wieder rausgefahren werden und das ganze wird realisiert ganz simpel eigentlich hier über diese wie nennt man das noch über diese zahnrad teile und damit funktioniert das dann eben so wieder runter und dann kann man hier die klappe wieder vormachen also schönes play feature das hier eingebaut wurde dann haben wir hier diese seitenteile auch fertig hier mit den großen rundungen und diesen jahr viertel kreis teilen sieht auch schön aus hier ist noch mal die heck ansicht mit den rückleuchten es ist echt schön geworden aber man merkt hier immer wieder dass hier kein lego designer am werk war was ja nicht weiter schlimm ist aber man baut hier ganz oft und denkt um meine güte was sollen das werden und das hält doch im leben nicht aber ich sag mal in jahren 99 prozent der fälle wird am ende dann doch noch irgendwie was überbaut dass die ganze schose dann hier doch schön robust wird also da muss man sich keine sorgen machen aber so zwischendrin dachte ich schon das ding fliegt mir auseinander wenn ich fertig bin so sieht es noch mal von der anderen seite aus und jetzt kann es im prinzip auch ans auto befestigt werden das soll man hier auf jeden fall mal machen und ich dachte mir kommt das tun wir einfach mal hier quasi live also wir bauen das teil jetzt einfach mal hier dran und das geht mit lasst mich schauen damit ok jawohl das kommt da rein da rein da mit den beiden achsen und ich probiere es einfach mal stellen es mal so hin das kommt dann hier rein und und das kommt da rein und da da na bitte machst du es schon cool boah ist das schwer freunde ich schaue euch mal die seitenansicht an sieht das geil aus oder also toll also die formen ich liebe die formen von diesem bett mobil sieht richtig richtig gut aus wenn wir jetzt nach oben gehen dann sieht man natürlich oh ja da fehlt noch was aber das zusammensetzen das war doch schon mal echt einfach aber das ding ist boah das ist heavy richtig schweres ding ja da ist eben kaum umbaute luft das ist ziemlich massiv und so sieht es von vorne dann aus cool also es ist ein set mit schwächen aber es sieht so 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 toll aus freunde und der bau der ist echt mal was anderes sehr interessant sehr interessante baulösungen bautechniken aber im endeffekt also bisher bin ich hier doch überwiegend schwer schwer begeistert was ich jetzt so gut wie gar nicht benutzt habe mehr ich hätte hier schon mehrere aufkleber noch aufbringen müssen dass jetzt hier vorne zum beispiel der schriftzug bad mobil steht ne ja ne lass mal stecken ich hab jetzt hier da ein bad zeichen auf der anderen seite ein bad zeichen und vielleicht noch die eine oder andere armatur oder was hier noch so kommt aber ja ich finde die aufkleber kann man eigentlich weglassen dass das wirkt im endeffekt dann nur billig wenn ich jetzt hier noch auf den auf den radlauf hier diese dinger drauf mache ne wer will kann ich will nicht kann zwar aber ja ich will nicht so ganz kurz gesagt und ja zum abschluss nehme ich nochmal hier das alte große bad mobil das ist leichter ich würde sagen dass das neue hier nein noch nicht ganz aber das ich glaube das wird schwerer wie das alte ultimative bad mobil so wir stellen sie mal nebeneinander und dann habt ihr hier nochmal den überblick wie die dann aussehen machen wir nachher natürlich auch nochmal wenn alles fertig ist aber hier hat man schon mal einen eindruck geil mein gott ist das ein schönes set ist das ein schönes set bevor ich mich jetzt hier komplett verschwärme bauen wir jetzt nochmal weiter seite 101 war hier das zusammensetzen tja und dann kommt im prinzip das ganze hier nochmal nur spiegel verkehrt und dann dürften wir auch schon bald fertig sein ach guck mal da da wird eine minifigur gezeigt ich bin ja mal gespannt ob die wirklich da noch irgendwo drin steckt hier im bauabschnitt 4 übrigens das sind die teile die über sind außer die flamme hier die müsst ihr euch wegdenken da fehlt mir noch das eine teil um es hinten rein zu stecken aber das sind die übrig gebliebenen teile und ich schaue mal ob ich da im endeffekt später vielleicht auch die eine oder andere stelle mit verzieren werde ob da noch was hin passt ist ja ein mock da kann man machen was man will kann man generell bei klemmbausteinen macht man aber viel zu selten so also ich mache weiter bauabschnitt 4 seite 102 und dann ist er auch schon fertig unser cooler cooler batman untersatz mit ist auch schön also weiter geht tja und das hier das war schon mal ein komplettes teil was hier alles liegt das ist die problematik so ein klein bisschen auf jeden fall wenn man sich ein bisschen dumm anstellt dass hier kreuz und quer gebaut wird in alle möglichen richtungen und dann muss man mal ein neues teil fest drücken und dann drückt man drückt man und fliegt hier alles auseinander ist mir gerade eben passiert hier kann ich jetzt noch mal neu zusammenbauen das ganze also das sind schon hier die echt krassen techniken hier angewendet werden guckt euch das mal an also das sieht doch aus als hätte das irgendwie keine ahnung ein kind alles zusammen gesteckt wenn es hier irgendwelche teile über hat aber natürlich da steckt system dahinter wir wissen ja schon was draus wird aber die bautechnik die ist echt jedes mal wieder interessant dann baue ich mal hier wieder zusammen aber übrigens schaut mal hier dass das ist hier das vordere licht dass wir hier kann man es hier sehen ganz hier unten sehen macht nee da da hier unten da ist das licht und das sind massig viele gelb transparent steinchen habe ich euch noch gar nicht so gezeigt wo dann später auch hoffentlich der light brick also der leucht stein dann ordentlich mal durch leuchten kann den habe ich übrigens hier schon eingebaut da unten ist er drin und wenn ich hier noch mal den test mache einhändig jawohl na dann sieht man auch dass er hier wunderbar leuchtet dann stellt man sich noch vor dass dann hier noch die steinchen davor liegen und dann von hinten angeleuchtet werden schön aber ich bin immer noch gespannt wie man das hier später steuern soll ist mir noch überhaupt echt überhaupt gar nicht klar wie das funktioniert also es bleibt spannend ich baue dann mal wieder den kram hier zusammen also das modell hier ist echt scharf und zwar so scharf dass ich mir hier gerade den daumen dran aufgeschlitzt habe freunde ich bin hier wieder beim zusammendrücken blöd abgerutscht und muss jetzt erstmal ein bisschen mein blut wegwischen man heute ist nicht mein bautag egal ich verarzt mich und dann machen wir hier trotzdem weiter wir sind ja quasi schon im endspurt ja und da ist es fertig unser bad mobil und es sieht wahnsinnig cool aus muss ich sagen gefällt mir richtig richtig gut so ein paar dinge gibt es die sage ich die sind nicht so optimal geraten aber alles in allem schaut euch mal die optik an schaut euch mal die formen an die proportionen sehr gut geraten also wirklich ein ganz 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 tolles set freunde macht wahnsinnig viel spaß das ganze hier zu bauen auch wenn ja auch wenn hier ein bisschen wiederholung drin ist wenn man einmal das rechte teil baut und einmal das linke teil egal macht trotzdem richtig spaß und das endergebnis ist mal eine wucht eine wucht richtig cool ihr seht schon hier steht noch jemand drauf dahinten ja wir haben tatsächlich noch eine minifigur gehabt die habe ich dann hier später gefunden ja das ist der kollege hier also ein batman der auch noch ein besonderes feature hat ich zeige es euch dann nachher nochmal aber erstmal schauen wir uns hier die minifigur an sie hat vorne den frontaufdruck mit panzer wir haben hier einen battering in der hand dann ein stoff cape hinten dran und der rücken der ist na komm hoch der ist auch nochmal bedruckt also ich würde mal sagen eine ziemlich standardmäßige batman minifigur jetzt nehme ich ihm aber mal hier wenn es klappt ach ja es geht den helm ab also hier die die batman maske runter und dann sehen wir dass der kunststoff doch schon irgendwie ein klein wenig merkwürdig aussieht und das liegt daran dass hier übrigens zwei gesichter krimmig und ja krimmig krimmig mit zähne krimmig ohne zähne das liegt daran dass der kunststoff hier drin leuchtet das heißt er lädt sich im sonnenlicht oder im licht generell auf und dann leuchten hier bei batman die augen wenn man es dunkel macht eine schöne idee ansonsten eine nette minifigur die aber beim versenden probleme machen kann deswegen wäre es mir lieber gewesen die wäre weggeblieben aber sie ist dabei wir haben es gesehen gehen wir wieder zum wesentlichen über und das ist unser bad mobil ich habe euch ja im bau gezeigt dass wir hier die lichter beleuchten können jetzt gibt es hier aber einen großen knackpunkt wenn das bad mobil so wie es jetzt hier steht zusammengebaut ist habe ich keine möglichkeit den mechanismus zu aktivieren also ich wüsste nicht wie es geht ihr wisst ja noch wie das gemacht wurde mit diesen kleinen schraubenschlüsseln und keine chance man kann das irgendwie nur beleuchten wenn man hier die beiden seiten teile abnimmt ich zeige es euch nachher nochmal und nur dann geht es also das ist doch echt mal ich sag mal gewollt und nicht gekonnt schöne idee aber was bringt es mir wenn ich das jetzt so wenn es hier vor mir steht nicht beleuchten kann ja finde ich also ja doof aber egal wir gucken trotzdem noch mal weiter von vorne es sieht mega toll aus ich liebe das design von diesem bad mobil auch jetzt generell aus den 89er und 92er film finde ich phänomenal cool dann hier einmal der große turbinen einlassen wenn wir dann hochgehen sehen wir hier wie schön die formen hier ineinander übergehen und wir kommen dann hier noch zum speziellen play feature hier ist ja der mittelteil hier die außenteile und hier drunter steckt ja nochmal das maschinengewehr und um das ausfahren zu können muss ich einmal das ist ein klein bisschen umständlich hier diese fließe bisschen weg klappen damit ich hier platz habe um an diesem mechanismus hier zu drehen damit dann hier das maschinengewehr rauskommt also eigentlich schön gelöst ein klein bisschen umständlich weil ich immer noch hier klappen muss vorher aber spielt für mich echt keine rolle ist eine coole sache und dann haben wir hier ein maschinengewehr das geht natürlich eigentlich auf beiden seiten aber ich habe irgendwie hier weiß ich ein kleines toleranzproblem denn wenn ich hier auf der anderen seite drehe ja ihr seht schon da passiert nichts es kommt nicht hoch ich könnte es natürlich jetzt mal hier versuchen manuell hochzuziehen so und ja da ist das ganze teil auch schon wieder draußen ich weiß nicht genau woran es liegt wenn ich jetzt hier drehe dann dreht sich zwar hier mein zahnrad aber wenn ich das maschinengewehr wieder einsetze dann will es irgendwie nicht so richtig funktionieren irgendwas hakt da in der toleranz drin also muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten aber generell sehr schöne sache dass hier eben die maschinengewehre ausgefahren werden können so das mal wieder so runter dann muss man natürlich immer schauen dass das hier nochmal passend gedreht wird damit das dann schön aussieht wenn man es zuklappt genau das gleiche auf der anderen seite aber halt viel eleganter so da funktioniert es nämlich okay also das haben wir gesehen das waren die maschinengewehre dann hier die details an der seite wie der enter haken der hier für eine scharfe kurvenfahrt ja mal im ersten teil raus geschossen wurde finde ich ist sehr schön gemacht genauso wie hier diese rohre oder was das genau darstellen soll diese goldenen teile damit das alles ein bisschen technischer aussieht finde ich auch cool was mich optisch ein bisschen stört ist hier der bottig also klar da sind solche großen öffnungen im badmobil aber beim bottig sieht man einfach das ist ein bottig also vielleicht gab es da kein anderes passendes teil ich weiß es nicht ich will auch gar nicht sagen dass ich eine bessere idee hätte aber eben wegen dieser struktur hier weil das so hölzer dann doch irgendwie rüber kommt stört mich optisch so ein bisschen an der seitenansicht also ansonsten sieht es halt richtig toll aus auch wenn wir weiter hier nach hinten gehen hier oben habe ich ja die aufkleber der einzigste aufkleber also zwei stück auf jeder seite die ich aufgebracht habe alle anderen habe ich mir ja gespart weil das wird einfach die optik hier verschandeln wenn jetzt hier zum beispiel der schriftzug so ist es vorgesehen hier badmobil das sollte hier vorne noch drauf stehen und dann hier auf dem kotflügel sollte dann hier diese diese muster diese struktur da drauf kommen nee also mein tipp lasst das einfach weg ohne sieht es besser aus doch jetzt sind wir aber schon hier hinten gelandet und dann können wir uns hier die ja die flossen oder die finnen mal anschauen und ihr seht ja da kann man durch gucken also da ist ein bisschen luft hier überall dazwischen also alles was ich jetzt ja mache freunde ist echt auf hohem niveau aber es ist wenn man es irgendwo hinstellt und man hat beleuchtung hinten dran dann sieht man dort eben immer durch das stürzt ein bisschen wäre ich froh damit wenn das geschlossen wäre hätte man bestimmt auch machen können kann man wahrscheinlich auch selbst noch dran rumbauen ich meine es ist ein klemmbaustein z dann kann man ja verändern aber ansonsten finde ich ist hier hinten die partie auch gut geraten sieht auch echt schön aus und dann gehen wir mal hier auf die rückseite und die ist mal wieder erste sahne ganz erste sahne also hier oben wie es hier runter kommt das teil ist ein bisschen unkonventionell befestigt aber wenn es mal drauf ist und man fingert nicht viel dran rum dann hält das auch dann hier die rückleuchten passen super dann natürlich hier unsere flamme die hinten raus kommt die mir auch super gefällt wobei hier ja die befestigung pin auf achse so ein kleiner stecker gefehlt hat aber den habe ich in der ersatzteil kiste gehabt dann haben wir hier unten noch die normalen auspuffrohre alles richtig cool und super und auf der anderen seite natürlich noch mal genau das gleiche sondern hat mir jetzt ein play feature gehabt das waren die maschinengewehre wir haben aber noch ein zweites das wäre dass wir hier das cockpit einmal öffnen können und der mechanismus den finde ich auch richtig cool der ist simpel der ist einfach aber der funktioniert auch einfach wunderbar also gar kein problem finde ich sehr schön und dann natürlich hier unser hervorragendes wirklich wirklich liebevoll schön gemachtes cockpit ihr habt ja bereits gesehen beim bauen alles drucke keine aufkleber mit lenkrad schaltung hebelchen und allen möglichen anzeigen die da drin stecken also echt schön und liebevoll gemacht hier mit den sitzen sieht man jetzt auch hier unten die sitzflächen dann hier die rückenlehnen und die kopfstützen die da noch mal mit dran gebracht sind wunderbar sehr sehr schön gefällt mir echt gut also cockpit wieder zu und jetzt kommt ja noch ja das entscheidende oder ganz besondere play feature was auch das lego set nicht haben wird und das ist ja eben diese action dass man die seitenteile abtrennen kann eben wie aus der szene aus dem film wenn das bettbomil sich einfach zusammen schrumpft damit so schnell enge gasse durch kommt und das machen wir jetzt noch also da haben wir das gute stück stehen und ich kann dann die seitenteile hier einfach abziehen und das geht auch ziemlich einfach ihr seht schon schon habe ich hier das erste teil in der hand kann es mal umdrehen denn die befestigung die wird nur über zwei steckerchen über zwei pinne hier bewerkstelligt das ist einem das ist einmal der hier und einmal der hier die werden dann eben entsprechend dann hier in die pin aufnahmen rein gesteckt einmal hier und einmal hier und schon ist das ganze dran so ein klein bisschen stabiler hätte es vielleicht noch sein können aber es hält also man muss ein bisschen gucken beim hochheben aber generell hält das ganz gut und jetzt kann ich euch noch mal zeigen wie das hier mit der beleuchtung aussieht bevor ich hier alles auseinander nehme ihr erinnert euch da ist das licht dahinter ist der light brick hier ist das kleine hebelchen und wenn ich das drehe dann ja fängt das lichtchen kann man sehen an zu leuchten so aber ich habe wie gesagt null möglichkeit das irgendwie zu machen wenn das seitenteil hier angebracht ist und das ist ein echter kritik punkt also das muss ich sagen das finde ich gar nicht schön denn die aufnahme hier von diesem stiftchen die landet einfach nur hier in so einer pin aufnahme drin nämlich in der hier und da ist halt nichts wie man irgendwie was einstellen kann so ich nehme mal noch das zweite seitenteil ab ganz einfach ihr seht das klappt wunderbar ganz einfach und problemlos und dann haben wir hier unseren schmalen zwischenpart das schmale badmobil tja leute und so ist das ganze was ich noch erwähnen muss das ding schleift und zwar schleift es weil hier der vordere teil der schleift ein bisschen bei mir drüber es sind auch nicht alle räder immer genauso in betrieb weil eben ihr seht schon hier das stößt hier oben an das kann sich gar nicht richtig drehen weil eben hier ja die langen teile wo die räder dran aufgeheckt sind die sind ein bisschen ja ein bisschen durch gebogen wie es aussieht aber wenn man so hinstellt ist es kein problem es rollt dennoch aber es schleift eben ein klein bisschen ja freunde und damit können wir auch schon zum schluss fazit kommen was halte ich denn von dem teil hier und ich halte es für ein super super tolles set mit den kleinen problemchen die ich euch eben genannt habe eben dass das licht nicht eingeschaltet werden kann obwohl es ja so schön verbaut ist und das eben ein klein bisschen schleift aber so zum hinstellen ist es ein wahnsinnsteil das ist für mich das ultimative badmobil jetzt und nicht mehr das hier aus den früheren jahren aus 2006 wie gesagt das hier ist ja ein richtiges lego set gewesen das hier ist ein mock my own creation und das hat der entwickler der sich das ausgedacht hat echt super gemacht also wenn ihr das auch haben wollt ich verlinke es euch in der video beschreibung kostet gerade mal um die 50 euro und für den preis ist das ding ein echter no brainer es sieht so toll aus also hier haben wir noch mal eine schöne ansicht von unten wo man eben gut erkennen kann wo diese ja massenhafte reifenanzahl hingeraten ist also zwei vier sechs acht räder allein schon für den mittelteil und natürlich dann noch für jeden der außenteile zwei räder und so kommt man dann ruckzuck auf zwölf räder die verbaut wurden ja ganz schön ordentlich ich packe jetzt mal hier schön in mein regal in meinen ja quasi bett mobil regal mittlerweile schon hatte sehr viel spaß hier beim bau ich hoffe ihr hattet spaß beim zusehen es ist relativ lang geworden glückwunsch an jeden der durchgehalten hat und wir sehen uns beim nächsten mal hier bei me apple cat also macht's gut freunde bis dann wieder ich ja 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 Vielen Dank.